Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Im heutigen Video lernen wir die wichtigsten Verben der deutschen Sprache. Teil 2 Fliegen ist geflogen. Dieses Flugzeug fliegt um 8 Uhr ab. Dieses Flugzeug fliegt um 8 Uhr ab. Wir sind letzte Woche nach Spanien in Urlaub geflogen. Wohnen hat gewohnt. Ich wohne mit meiner Familie in einer 3-Zimmer-Wohnung. Ich wohne mit meiner Familie in einer 3-Zimmer-Wohnung. Im Urlaub haben wir in einem Ferienhaus gewohnt. Im Urlaub haben wir in einem Ferienhaus gewohnt. Heißen hat geheißen. Ich komme morgen, das heißt nur, wenn es nicht regnet. Ich komme morgen, das heißt nur, wenn es nicht regnet. Die vier Jahreszeiten heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die vier Jahreszeiten heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Kaufen hat gekauft. Ich kaufe dieses Hemd. Es ist sehr gut. Ich kaufe dieses Hemd. Es ist sehr gut. Ich habe ein neues Haus mit Garten gekauft. Ich habe ein neues Haus mit Garten gekauft. Trinken hat getrunken. Meistens trinke ich zum Frühstück nur einen Kaffee. Meistens trinke ich zum Frühstück nur einen Kaffee. Tom hat meinen Apfelsaft getrunken. Arbeiten hat gearbeitet. Lisa arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus. Lisa arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus. Ich habe zu viel gearbeitet. Jetzt brauche ich etwas Erholung. Ich habe zu viel gearbeitet. Jetzt brauche ich etwas Erholung. Machen hat gemacht. Ich arbeite als Reiseleiter. Meine Arbeit macht mir viel Spaß. Ich arbeite als Reiseleiter. Meine Arbeit macht mir viel Spaß. Wir haben in den Ferien eine schöne Wanderung gemacht. Wir haben in den Ferien eine schöne Wanderung gemacht. Fragen hat gefragt. Mein Vater fragt mich oft, wo habe ich mein Geld ausgegeben? Mein Vater fragt mich oft, wo habe ich mein Geld ausgegeben? Ich habe mehrere Leute gefragt, aber niemand konnte mir helfen. Ich habe mehrere Leute gefragt, aber niemand konnte mir helfen. Antworten hat geantwortet. Warum antwortest du mir nicht, wenn ich dich etwas frage? Warum antwortest du mir nicht, wenn ich dich etwas frage? Warum hast du nicht auf meine E-Mail geantwortet? Ich habe gehört, dass Herr Müller im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass Herr Müller im Krankenhaus liegt. Sagen hat gesagt. Können Sie mir bitte sagen, wo hier ein Geldautomat ist? Klaus hat mir gesagt, dass er auch zur Party kommt. Klaus hat mir gesagt, dass er auch zur Party kommt. Verstehen hat verstanden. Meine Frau versteht mich nicht, wenn ich Deutsch spreche. Meine Frau versteht mich nicht, wenn ich Deutsch spreche. Du hast mich falsch verstanden. Du hast mich falsch verstanden. Denken hat gedacht. Ich denke oft an meine Familie. Tom hätte nicht gedacht, dass er sich in Maria verlieben würde. Tom hätte nicht gedacht, dass er sich in Maria verlieben würde. Tom heißt hier, weil ich nicht so lange verlieben würde. Und wie? Du hast mich nicht verstanden? Du hast mich nicht verstanden. Ich bin Mh.